Kack mich, Ratze. Entspannt ihr euch auch abends gern mit ein bisschen Hass? Kackst du jetzt Scheiße von mir, du kleiner Fing-Arsch. Aber muss es immer nett sein? Mhh, Schwanz. Jetzt könnt ihr euren Frust wieder analog erleben. Halt die Schnauze. Halt deine Fresse, du alter Tisch. Mit den neuesten Spielen von Frustbrett. Verzweiflung für die ganze Familie. Wer ist es? Racial Profiling Edition. Ist die Person weiß? Nein. Es ist Mohammed. Mit Rassismus zum Ziel. Einvernehmlicher Twister. Also ich würde jetzt gerne mit meiner linken Hand unter deinem Oberkörper durch auf das grüne Feld da. Ist das für dich in Ordnung? Ja, ist okay. Kannst du mir das hier bitte schriftlich bestätigen? Klar. Vielen Dank. Hey, du hast mein Bein berührt. Nicht cool. Entschuldigung. Kannst du dir sparen. Ich blogge jetzt drüber. Der Twist? Du könntest im Gefängnis landen. Konspiracy Clouine. Es war der Mossad mit dem Chemtrail in der Bibliothek. Oh, es ist immer der Mossad. Neu von Frustbrett. Politisch korrektes Schach. Für die Wokeness von heute. Das ist deine Figur oder meine? Hä? Alle Figuren sind gleich. Viel Gleichheit, wenig Spaß. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Dr. Globuli. Medizin ist Ansichtssache. Ich gebe drei Kugeln C12 gegen die Maser. Alles gut. Gewand vom Eklopoli. Jetzt ist er tot. Genau. BER Jenga. Und jetzt? Jetzt warten wir erstmal neun Jahre. Ich hab noch einen Termin eigentlich am Mittwoch. Ja, schade. Was soll das sein? Total vergessen. Keine Ahnung. Wie weit ist der Helmut Kohl? Ich weiß es nicht. Davon wussten wir nichts. Das ist so kompliziert. Frustbrett. Verzweiflung für die ganze Familie.